Parishwa Karkasana ist die Seitkrähe. Karkar heißt Krähe, Parishwa heißt Flügel, heißt Seite, heißt auch Hälfte. Parishwa ist auch die Flanke. Und Parishwa Karkasana bedeutet, dass du die Krähe auf einer Seite machst. Sie könnte übrigens auch genannt werden Parivrita Karkasana, die Drehkrähe. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockhaltung auf den Zehen. Du gibst die Hände etwas schulterbreit auseinander und du gibst dann beide Knie, zum Beispiel rechts neben den rechten Oberarm. Du kannst aber entweder die Knie gebeugt haben oder die Knie strecken. Beides ist Parishwa Karkasana. Besser siehst du es noch, wenn es jetzt Raffaella auf der anderen Seite macht. Also die Hände etwas schulterbreit aus dem Boden. Dann die beide Knie links neben den linken Ellbogen. Und dann beugst du den Oberkörper so weit, dass die Oberarme senkrecht zum Boden sind. Dann kannst du nämlich ganz bequem die Beine ausruhen lassen auf dem einen Oberarm und letztlich den Rumpf auch auf dem anderen Oberarm. Das ist also Parishwa Karkasana. Parishwa Karkasana gehört zu den Gleichgewichtshaltungen, zu den Zweihandhaltungen, gehört auch zu den Drehübungen. Diese Übung stärkt die Arme, stärkt die Beine, entwickelt die Flexibilität der Zwischenwirbelmuskeln, ist gut für die Zwischenwirbelgelenke und auch eine gute Massage für die Bauchorgane. Wie alle Gleichgewichtsübungen entwickelt Parishwa Karkasana in hohem Maße Konzentration, Gleichgewicht, Koordination und auch Entschlusskraft.